Ich habe 2003 meine Ausbildung hier abgeschlossen zum Molkereifachmann. Jetzt arbeite ich als Techniker und bin hier am Standort zuständig für die ganzen Maschinen und Anlagen. Der reibungslose Ablauf, dass die Produktion immer am Lauf mehr halten wird, das ist mein Verantwortungsbereich. Ich gehe eigentlich durch den Betrieb, schaue mir die Produktionsanlagen relativ genau jeden Tag an, höre auf bestimmte Geräusche. Wenn zum Beispiel eine Störung aus der Produktion gemeldet wird, dann ist es wichtig, dass das dann zusammen eigentlich auch schnell analysiert wird. Woran liegt das jetzt? Wo ist das Ersatzteil? Haben wir das vorrätig, da schnell zu agieren? Teamarbeit ist extrem wichtig, dass man einfach mit den Kollegen aus der Produktion was zusammen entwickelt und das Know-how der Mitarbeiter einfach auch einbindet und dann zusammen eine Lösung findet. Das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man weiß, dass man das zusammen geschafft hat. Auch die Energieerzeugung fällt ja unter meinen Verantwortungsbereich. Wir erzeugen hier eigentlich alles vom Frischwasser über die Druckluft, über den Dampf. Und seit letztem Jahr haben wir ein Blockheizkraftwerk hier in Betrieb genommen. Das heißt, wir erzeugen unseren Strom und die Wärme für den ganzen Betrieb selber. Und darauf bin ich eigentlich sehr stolz, dass wir hier sehr effizient und schonend mit den Ressourcen umgehen. Die Verantwortung für diese Produktion mit zu übernehmen, das macht mit am meisten Spaß. Da geht es einfach auch um ganz, ganz viele Menschen, für die man auch eine Verantwortung mitträgt, die unsere Produkte dann auch hier zu Hause auf dem Tisch haben. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich eigentlich diesen Weg nehmen konnte. Also wirklich von Anfang an als Lehrling hier gelernt, alle Produktionsanlagen kennengelernt, die Weiterbildung machen konnte und dann auch anschließend dieses Trainingprogramm absolvieren konnte. Und jetzt auch wieder hier, wieder reingerutscht bin in so eine Position. Da bin ich einfach stolz drauf, was ich bis jetzt geschafft habe und das ist echt schön. Ich bin sehr stolz drauf, was ich bin sehr stolz drauf, was ich bin sehr stolz drauf.